Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen T-Stunde und willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich habe gedacht, das eignet sich eigentlich ganz gut, die Sommerpause mit einer neuen T-Stunde-Edition zu beenden. In der T-Stunde spreche ich ganz, ganz viele verschiedene Themen an, die null zusammenpassen, die aber gerade in meinem Leben präsent sind, mit denen ich über euch spreche und mich dann sehr, sehr gerne in den Kommentaren darüber mit euch austausche. Ich werde auch zu Beginn eine Frage aufgreifen, die ihr mir mal gestellt habt. Und das Ganze heißt T-Stunde, weil es für gewöhnlich ein etwas längeres Video wird. Also nehmt euch gerne einen Tee, einen Kaffee, ein Getränk eurer Wahl und schaut mir dann gerne hier zu. Unterbrecht das Video an geeigneter Stelle, um einen Kommentar zu verfassen, wenn ihr auch was zu dem Thema zu sagen habt. Und das würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit Thema Nummer 1 und einer Frage, die ihr an mich hattet. Und zwar kann ich jetzt den konkreten Wortlaut nicht mehr wiedergehen, aber es ging darum, was ich denn für Spartipps habe, um meinen Alltag so gestalten zu können, wie ich ihn halt aktuell gestalte. Und ich dachte erst, boah, da bin ich überhaupt nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Und es gibt ja sehr viele tolle, gute Finanzexperten, Expertinnen auch hier auf YouTube. Und dann dachte ich, aber es gibt so ein paar Dinge, die für mich ganz normal sind. Vielleicht für den einen oder anderen da draußen, der gerade zuguckt, aber nicht. Und deswegen habe ich mir die jetzt einmal aufgeschrieben. Es sind 5 an der Zahl, die ich jetzt einfach mal so nennen würde. Punkt 1 ist, ich gebe wenig, ich wollte jetzt gerade sagen Null, aber das ist nicht ganz konkret, nicht ganz korrekt. Ich gebe wenig Geld für mein Äußeres aus. Also ich hatte es jetzt explizit auf Nägel und Wimpern gelegt. Also ich habe Freundinnen, die sich das eben, Freundinnen nicht, Bekannte, die das sich regelmäßig machen lassen. Und gerade Wimpern ist ja eine super teure Angelegenheit. Da tut mir schon das Herz weh bei der Zeit, die ich da verschleudere. Also auf meinen Wimpern ist nur Wimperntusche. Und ich lasse ja auch seit... Also ich glaube, im Studium habe ich das letzte Mal meine Nägel machen lassen. Also das ist... Mein Studium habe ich beendet 2012. Also das ist ein halbes Leben lang her. Das Einzige, was ich mit meinen Nägeln noch mache, ist, dass ich Nagelfolien benutze. Die sind natürlich wesentlich teurer als Nagellack, hält aber tausendmal besser. Also so ein 1 Set Nagelfolien kostet, glaube ich, 10 Euro. Und damit komme ich 2 bis 3, manchmal sogar 4 Wochen aus. Weil das eben so toll so lange hält. Und ansonsten gebe ich eben für sowas wenig Geld aus, im Vergleich wahrscheinlich zu anderen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, diese ganzen Streaming-Sachen. Ich meine, wir haben auch viel. Im Grunde haben wir auch noch zu viel. Aber wir haben halt Netflix, wir haben Prime, wir haben Disney Channel. Aber da gibt es ja noch tausend andere. Und dann kann man irgendwie noch ein Audible-Abo haben und ein Book... Wie hieß das? Naja, noch so ein anderer Hörbuch-Anbieter. Und dann kann ich vielleicht noch ein Spotify-Abo haben. Und dann habe ich noch ein YouTube-Abo. Und dann habe ich das und das und das und das und das. Und das summiert sich ja quasi extrem. Also da einfach mal zu gucken, was habe ich alles? Was nutze ich tatsächlich sehr, sehr regelmäßig? Brauche ich das eine unbedingt oder kann ich darauf noch verzichten? Ist vielleicht auch nochmal ein Tipp. Ansonsten nutzen wir die städtische Bibliothek hier sehr viel. Das heißt, ich gebe auch nicht viel Geld für Bücher, für Zeitschriften, für CDs, für DVDs, für Switch-Spiele. Das gibt es dort einfach alles. Dort gibt es Turnifiguren. Da kann man, glaube ich, auch noch unheimlich viel Geld sparen. Und dann kaufe ich vielleicht auch einfach an das ein, was so Lebensmittel betrifft. Also auch da immer wieder die Frage, brauche ich das? Also braucht es den Paula-Pudding? Nee. Der macht nicht satt und der macht nicht gesund. Braucht es also einfach nicht. Also gerade bei solchen Sachen, solchen nicht nahhaften Sachen ist tatsächlich... Also es gibt bei uns mal einen Paula-Pudding einmal im Jahr, wenn überhaupt. Also bei sowas, sowas kaufe ich einfach regulär gar nicht ein, was so unter diese ganzen Snacks und Süßigkeiten-Geschichten fällt. Genau. Und so ganz im Allgemeinen kann ich sagen, dass ich einfach sehr, sehr, sehr bewusst einkaufe. Das fängt bei den Lebensmitteln an, geht bei der Drogerie natürlich weiter. Da probiere ich auch nichts aus. Also da ist auch nichts, das habe ich früher gemacht. Da hat Essence eine neue Limited Edition und dann musst du das irgendwie haben und ausprobieren. Das mache ich einfach nicht mehr. Ich habe die Produkte, die für mich funktionieren und auch nur die kaufe ich, die ich täglich benutze. Das geht weiter bei Klamotten. Also die Kinder haben nicht mehr 50.000 T-Shirts. Die haben so viele T-Shirts, wie sie tatsächlich brauchen. Und auch ich kaufe viel, viel, viel bewusster ein. Ich habe wesentlich weniger Klamotten, aber die trage ich auch alle regelmäßig. Also ich habe nichts mehr im Schrank, was ich überhaupt nicht mehr anziehe oder was ich so alle zwei Jahre mal anziehe. Ich kaufe auch viel bewusster ein. Also ich kaufe qualitativ sehr hochwertig, dafür einfach viel, viel weniger. Diese hochwertigen Klamotten halten auch jahrelang. Ansonsten so Dinge, wo man schnell mal, oh ich brauche. Und dann denke ich erstmal drei Tage darüber nach, ob ich das tatsächlich brauche, anstatt das sofort bei Amazon in den Warenkorb zu legen und es morgen vor der Haustür zu haben. Also viel, so war ich aber früher auch, ne. Also viel bewussteres Einkaufen, viel bewussterer Konsum. Das kann ich nur so ganz im Allgemeinen auch als Tipp mitgeben. Das war vielleicht nicht das, was derjenige hören wollte, als er mir die Frage gestellt hat, aber so funktioniert das halt bei mir. Wenn ihr noch irgendwelche tollen Spartipps habt, schreibt die mal super gerne einfach unten in die Kommentare. Immer wieder auch Versicherungen und so Krempel checken lassen, ne. Ja, das war's. Preisvergleich nutze ich auch sehr gerne. Wenn ich gerade so größere Anschaffungen habe, nutze ich immer gerne, ich glaube Idealo heißt es oder so, ne. So Preisvergleichswebseiten, wo ich dann einfach mal ein bisschen gucke. Das also zu dem Thema. Dann hatte ich ein Thema, was ich in der letzten T-Stunde schon so angeschnitten hatte. Und zwar ging's da um Routinen. Und es ist immer schwer, eine neue Routine zu entwickeln, ne. Man sagt immer, mach das mal 30 Tage lang. Nach 90 Tagen lang hat sich's dann eher so entwickelt. Und ich hab jetzt zweimal die Erfahrung gemacht, dass für mich ein ganz anderer Weg viel, viel besser funktioniert, der aber nicht einer Schritt-für-Schritt-Anleitung folgt. Was natürlich schwieriger ist, dann zum Teilen und Nachmachen. Beim Meditieren hab ich's ja so gemacht, dass ich tatsächlich 30 Tage am Stück meditiert habe und seitdem fast täglich meditiere. Diese Meditations-Challenge war im Jahr 2016. Wir haben jetzt das Jahr 2024. Und dann hab ich ja über Jahre immer wieder versucht, so eine Yoga-Routine reinzukriegen. Hab das auch mit so einer 30-Tage-Challenge probiert und bin immer wieder gescheitert. Hab immer wieder dann monatelang gar kein Yoga gemacht. Ich kam nie in so einen Fluss rein, wie es einfach mit dem Meditieren ist. Meditieren ist wie Zähneputzen ein fester Bestandteil meines täglichen Rhythmuses. Und das hab ich mit Yoga irgendwie nie hinbekommen. Und dann war's einfach da. Denn das war keine bewusste Entscheidung. Ich hatte ein Event anstehen, für das ich fit sein wollte. Fit im Sinne von keine Verspannungen, die zu Schmerzen, zu Kopfschmerzen führen. Diese Kopfschmerzen hätten an diesem Tag dazu geführt, dass ich den Tag nicht hätte genießen können. Und deswegen hab ich, ich glaube, einen Monat im Vorfeld angefangen, täglich Yoga-Übungen zu machen, die eben diese Schmerzen dämmen, die mich stärken und so weiter und so fort. Eben weil ich da diese Motivation hatte, an diesem Tag wirklich präsent sein zu können und nicht Schmerzen zu haben und mit Schmerzmitteln vollgepumpt zu sein. Und da hat's irgendwie einen Scheiter umgelegt. Und das war auch, glaube ich, beim Meditieren damals so dieses Der Körper begreift, wie gut es ihm tut und dann verlangt er automatisch danach. Also seit ich das gemacht hab, ist Yoga tatsächlich einfach normal. Es ist so dieses, du wachst morgens auf, hast ein bisschen Rückenschmerzen. Okay, du machst dann mal 10 Minuten Yoga für den Rücken. Es ist ganz normal geworden, dass ich auf einer täglichen Basis 10 bis 15 Minuten Yoga mache. Und das ist ja auch mit dem Meditieren. Ich meditiere meistens 15 Minuten am Tag. Ich bin jetzt niemand, der 30 Minuten oder 60 Minuten Yoga-Einheiten macht. Ich hab das auch schon gemacht und das ist wahnsinnig toll. Aber da muss ich mir das wirklich fest einplanen, das zu machen, weil das dann einfach so ein Zeitfaktor ist. Aber ich habe es geschafft, dass Yoga zu einer täglichen Routine wie Zähneputzen geworden ist. Aber einfach nur, weil mein Kopf, mein Körper verstanden haben, wie gut es ihm tut. Und ich glaube, an diesen Punkt muss man kommen. So war es, glaube ich, auch bei der Meditation, dass ich gemerkt hab, wie krass gut mir das tut. Und dann Körper und Geist zusammengearbeitet haben. Und dann musst du dich nicht mehr von außen noch so zusätzlich motivieren dazu. Schreibt doch gerne mal, ob ihr das kennt, ob ihr mit irgendeiner Routine auch mal an diesen Punkt gekommen seid, dass es dann einfach automatisch war, weil es euch so gut tut. Ansonsten haben wir jetzt Schulwoche Nummer 3. Ich weiß, andere haben noch Ferien. Wir haben schon Schulwoche Nummer 3 und haben eben 6 Wochen Sommerferien schon hinter uns. Und diese Sommerferien waren echt herausfordernd. Auf die hatte ich gar keinen Bock. Die habe ich mir sehr, sehr schwer vorgestellt. Die waren auch schwer und herausfordernd, zum Glück nicht so schwer, wie ich es erwartet hatte. Unser Problem war nämlich, dass wir nicht irgendwie in den Urlaub fahren konnten, dass wir keine größeren Tagesausflüge machen konnten, weil eines der Kinder die kompletten 6 Wochen lang eingebunden war und den ganzen Tag über woanders war. Man ja aber dann wieder zurück sein musste, wenn auch das Kind am Nachmittag wieder zurückkam. Das hieß, wir sind nicht in den Urlaub gefahren. Wir sind dann nochmal zwei Tage, wirklich die letzten zwei Tage, bevor die Schule wieder losging, nochmal schnell ein bisschen anderswo gewesen, um ein bisschen Tapetenwechsel zu haben. Aber so war da halt gar kein Urlaub drin, einfach weil ein Kind eingebunden hier war und wir nicht weg konnten. Und für mich war auch der größte gedankliche Struggle dieses, da sind immer zwei Kinder. Und meine Kinder beschäftigen sich zum Glück ganz wunderbar miteinander. Ich gehe mit denen ins Freibad und ich weiß, die beschäftigen sich jetzt stundenlang miteinander. Die achten aufeinander, können ja einfach liegen und lesen. Das war ja im letzten Sommer so und das war einfach, das war einfach der Himmel auf Erden. Und diesen Sommer wusste ich, funktioniert das so nicht. Und das eine Kind, was jetzt quasi übrig ist, das beschäftigt sich nicht alleine stundenlang im Freibad oder irgendwo anders. Und das hat mich echt vor eine Herausforderung gestellt. Dann habe ich mir manchmal so Kinder von Freunden ausgeliehen. Aber ansonsten waren wir halt eben auch sehr viel zu zweit zusammen. Und ich bin ja schnell so overtouched und habe da schnell so ein Problem damit, wenn jemand so ganz eng permanent bei mir ist und ich wenig Freiraum für mich habe. Also ich hatte wahnsinnig wenig Freiräume in diesen sechs Wochen Sommerferien natürlich. Es ging dann doch besser, als ich gedacht hätte. Ich habe das auch gedanklich ein bisschen geswitcht hin von diesem Gedanken an, wie anstrengend das wird und wie schwierig das wird und was mache ich nur hinzu. Okay, das ist jetzt eine sehr intensive Bonding-Zeit, die ich halt mit diesem einen Kind habe. Und ich versuche einfach, das Beste daraus zu machen und die Vorteile daraus zu ziehen. Und trotzdem waren es sechs sehr anstrengende Wochen, keine sehr erholsamen Wochen. Und jetzt sind wir halt schon wieder in dem Schulrhythmus angekommen. Und ich versuche jetzt aber noch so viel wie geht aus dem Sommer rauszuholen. Und jetzt eben noch, wo es geht, nachmittags mit beiden Kindern eben ins Freibad gehen zu können. Und so weiter und so fort. Aber Sommerferien waren eher so semi dieses Jahr. Ich hatte auch einen sehr hohen Mental Load in den Sommerferien. Obwohl ich ja eigentlich immer in den Sommerferien so meine, keine Termine, keine Schulsachen, an die ich denken muss. Nix. Einfach mal machen. Einfach mal in den Tag starten und mal gucken, wie der wird. Und so war das halt dieses Mal nicht. Es gab wahnsinnig viele Termine. Es gab wahnsinnig viele Sachen, die ich erledigen musste, an die ich denken musste. Das war jetzt nicht so doll. Das Einzige, was halt an Mental Load Aufgaben wegfiel, war eben die Schule. Was mich jetzt natürlich, und das habe ich jedes Jahr nach den Sommerferien, erst recht wieder bombardiert hat mit, ja, allem, was ihr halt so kennt. Schulzeug besorgen, hier Geld bezahlen, da Elternabend, da Geburtstagseinladung zu Kindergeburtstagen. Da musst du wieder Geschenke besorgen und so weiter. Also mein Mental Load ist gerade krass. Ich habe gerade wahnsinnig viel zu tun und schaffe nie mein Tagespensum. Es wird schon wieder besser. Es ist heute super gut, weil es nur 20 Grad hat. Das ist gerade so, oh. Weil wo das hier so 35 Grad hatte, konnte ich mich natürlich auch schlecht konzentrieren. Und ihr habt das, glaube ich, auch alle gefühlt, dass man einfach eher so matter ist, nicht so viel Energie hat. Das hat sich natürlich negativ auf meine Leistung ausgewirkt und dementsprechend auf das, was ich so geschafft habe. Und das macht natürlich immer was mit mir. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft hier in Deutschland. Ihr wurdet wahrscheinlich auch, wie ich, leistungsmäßig erzogen. Das fängt einfach schon in der Schule an, dass wir ab Klasse 1 zu Leistungen hin erzogen werden. Nicht zu Spaß, zu Leistungen. Und das abzulegen ist super, super, super schwer. Und dann bist du in dieser Mutterrolle, die auch viel Leistung, viel Kraft, viel Arbeit von dir erwartet. Und dann bist du wieder in diesem Strudel drin. Und das ist dann manchmal sehr, sehr schwer rauszukommen. Aber zum Glück konnte ich mir das eben beibehalten mit dem Meditieren, mit dem Yoga. Ich habe jetzt noch eine Sache hinzugefügt. Das ist vielleicht auch noch ganz cool, mal so zum Thema Routine noch zu hören. Routinen, neue Gewohnheiten entwickeln. Es ist immer gut, was miteinander zu koppeln. Also wenn du schon eine bestehende Routine hast, wie zum Beispiel Zähneputzen. Da vielleicht noch gleich was hinten anzuschließen oder so. Das ist für den Kopf einfacher. Oder wie bei mir, ich habe das gekoppelt mit dem Meditieren. Ich habe mir jetzt endlich so eine Akkupressurmatte gekauft. Und es war wieder dieser Struggle von, wann mache ich denn das jetzt auch noch? Na ganz einfach. Immer dann, wenn ich meditiere, lege ich auch auf dieser Akkupressurmatte. Und habe einfach zwei Routinen miteinander kombiniert. Und mache halt jetzt doppelt so viel für mich in ein und derselben Zeit. Vielleicht das auch mal so als kleiner. Da kann ich euch sehr das Buch, die Ein-Prozent-Methode, auch empfehlen. Da wird auch viel darüber gesprochen, wie man sowas für sich verbessern kann. Und mein aktuellstes Thema, worüber ich auch ganz intensiv mit einer Freundin spreche, sind Bedürfnisse. Das ist ja was, was für uns als Mütter zum einen essentiell ist, dass auch unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Zum anderen ist es sehr, 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 sehr schwierig. Und wir kamen unseren, vor allen Dingen, weil man ja nicht nur die eigenen Bedürfnisse erfüllen muss, sondern die von sehr vielen anderen Menschen auch noch. Wir als Mütter erfüllen die Bedürfnisse unserer Kinder, wenn man hat auch noch die des Partners, der Eltern, der Freunde, was auch immer. Und dann kommen die eigenen meistens zu kurz. Das ist ja das, was ich in den letzten Jahren in meiner Arbeit auch immer wieder versucht habe, sich selbst wichtiger zu nehmen, seine Bedürfnisse wichtiger zu nehmen. Und diese Bedürfnisbefriedigung auch an oberste Stellung mitzusetzen, weil wir dann sonst in einen unglaublich toxischen Kreislauf geraten. Und ich hatte jetzt im Gespräch so dieses, dass ich sage, ich fühle nicht, dass alle meine Bedürfnisse befriedigt werden. Und habe gesagt, aber ich kümmere mich doch schon darum, dass ich Me-Time habe, dass ich mich entspanne, dass ich Kraft tanke, eben durch Meditation, durch Yoga, dass ich meinen Körper gesund halte. Und trotzdem fühlt es sich so an, dass nicht meine Bedürfnisse befriedigt werden. Also auch Me-Time war was, was ich in den Sommerferien sehr versucht habe zu kultivieren. Und dann, da hatte ich ja so eine Videoreihe, das habt ihr hier in YouTube in Ausschnitten gesehen, auf Instagram habt ihr das komplett gesehen. Ich hatte jede Woche ein Date mit mir selbst und habe da jede Woche verschiedene Dinge gemacht. Das habe ich über drei Monate gemacht, also auch während den Sommerferien. Das war zum Teil eine Herausforderung, aber es war definitiv möglich und machbar. Wenn ihr da nach Inspirationen sucht, unten ist immer mein Instagram-Account verlinkt. Da könnt ihr euch die Videos zu den Dates mit mir selbst sehr gerne angucken, euch da inspirieren lassen. Das hat wirklich sehr, sehr gut getan. Und jetzt bin ich auch in so einem Rhythmus, wo ich einfach habe, wenn ich meine Woche plane, ach okay, was ist dieses Date der Woche für mich? Das kann sein, dass ihr in den Kaffee geht. Und ich habe Briefe geschrieben, ich war ganz viel kreativ, ich habe auch mal eine Stunde Yoga gemacht. Da könnt ihr ganz viel Inspiration aus diesen Videos ziehen. Und in dem Gespräch kamen wir dazu, ja, mein Bedürfnis nach Me-Time und nach Entspannung, das befriedige ich schon gut, aber es ist ja mit dieser Zwiebel. Wenn man eine Schicht gelöst hat, kommt einfach die nächste. Nur weil ich mich um meine Bedürfnisse nach Me-Time und Entspannung und so kümmere, heißt nicht, dass da noch ganz viele andere Bedürfnisse sind. Und bin da gerade dabei, an dem Bedürfnis nach Freude und Leichtigkeit und Abenteuer zu arbeiten. Und das ist sehr schwer. Für mich ist das super schwer. Ich kann das Gefühl von Leichtigkeit, kann ich schon ganz schwer beschreiben, weil ich das so selten fühle. Ich habe auch wirklich Probleme damit, tatsächlich so eine, naja, Leichtigkeit und Freude ist ja auch so ein bisschen verpackt miteinander. Na, na, ihr kennt das bestimmt, wenn man so im stressigen Alltag vor sich hin hustelt, dass so freudige Momente eher selten sind und dann halt immer nur so ganz, 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 ganz kurz. Also diese ganz, 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 ganz kurzen, die will ich schon bewusster noch wahrnehmen, bewusster wahrnehmen. Oh, bei dem Film habe ich heute mal zweimal gelacht, zum Beispiel. Oder bei diesem YouTube, ähm, nee, YouTube nicht, Instagram Reel von einem Komiker habe ich mal gelacht oder so. Aber, ähm, habe mich ganz sehr jetzt mit meiner Freundin eben auch mit diesem Bedürfnis nach Leichtigkeit auseinandergesetzt. Was ist das? Wie fühlt sich das an? Ähm, vielleicht da mal, wie bin ich da jetzt erstmal in den ersten Schritten rangegangen? Ich habe mir zum Beispiel eine Playlist erstellt mit Musik, die für mich Leichtigkeit verkörpert. Ich habe, wenn ich mir Instagram Reels angeguckt habe und ein Reel gesehen habe, was für mich Leichtigkeit ausgestrahlt hat, habe ich mir das in einen Ordner gepackt, um einfach für mich ein Gefühl zu kriegen, was sind auch Aktivitäten, was sind Umgebungen, hm, die für mich Leichtigkeit bedeuten, um das dann im Alltag irgendwann mal umsetzen zu können. Soweit bin ich noch lange nicht, ne? Also das ist wirklich so eine Tippe-Tappe-Tour, gerade wenn das ein sehr blockierter Bereich vielleicht auch ist. So war es für mich am Anfang mit Me-Time und Entspannung auch, ne? Das weiß ich noch, wie schwer das vor ein paar Jahren war. Und jetzt mache ich da halt eben gerade so eine neue Tür auf, die auch jetzt erstmal nicht einfach ist. Aber ich mache das mit einer Freundin zusammen und, ähm, da haben wir so, ähm, wöchentliche Treffen und widmen uns dann auch ganz konkret diesem Thema, ne? Also, wenn wir uns diese Woche treffen, wollen wir uns auch mal anschauen, was haben wir denn für blockierende Glaubenssätze, warum wir uns Leichtigkeit und Freude nicht erlauben? Was haben wir davon, daran festzuhalten, wenig Leichtigkeit und wenig Freude in unserem Alltag zu haben? Warum bestrafen wir uns damit vielleicht auch für irgendwas? Also, was liegt unterbewusst da dahinter und das dann so peu à peu, Stück für Stück aufzulösen, um dann irgendwann tatsächlich mal dahin zu kommen, ganz konkrete Handlungsschritte zu haben, was wir tun wollen, was uns Leichtigkeit im Alltag bringt. Aber das ist so ein langer Weg, aber irgendwann muss man ja auch mal anfangen, den zu gehen. Irgendwann muss man anfangen, diese Blockaden auch einfach abzubauen. Und das mache ich eben gerade aktuell bei diesem Thema. Vielleicht habt ihr auch gerade irgendein Bedürfnis, wo ihr seid, ne, bei mir ist es noch das Bedürfnis, noch völlig wertungsfrei, bei mir ist es das Bedürfnis Entspannung, Me-Time, Selbstverwirklichung. Und da halt mal ranzugehen, okay, was bedeutet das konkret? Wie sieht für dich das Thema Entspannung aus? Wobei kannst du entspannen? Dann mal zu gucken, warum ist das aktuell noch nicht Teil deines Alltags? Warum machst du das noch nicht? Was liegen da auch für Glaubenssätze dahinter, ne? Man muss erst was leisten, um sich dann entspannen zu können. Man muss sich das gönnen, was auch immer das ist. Welche hast du früher beigebracht gekriegt? Dass sich nur Faule entspannen, was auch immer. Das dann für sich umzuswitchen, was würde ich gerne stattdessen denken. Und dann mal ganz konkret Handlungsschritte sich zu überlegen. Was müsste ich konkret tun, um mich zu entspannen, um das mehr im Alltag zu haben? Und da auch nicht die Messlatte gleich wieder zu hoch zu legen. Nehmen wir jetzt mal das Bedürfnis nach Gesundheit, Bewegung, irgendwie so. Da könnte man jetzt sagen, okay, also ich gehe jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio und ich gehe noch zweimal die Woche schwimmen und ich fahre jeden Tag Fahrrad und ich gehe noch dreimal die Woche spazieren. Das ist aber Bullshit. Besser wäre zu sagen, okay, ich gehe jetzt einmal die Woche spazieren und das mache ich jetzt mal einen Monat lang. Und im zweiten Monat sage ich, ich gehe zudem einmal die Woche spazieren, noch einmal die Woche Fahrrad fahren. Und das mache ich wieder einen Monat lang. Und danach, dem Monat, wenn sich das so ein bisschen etabliert hat, kann ich mal gucken, ob ich dann einen Sportkurs anfange. Also auch, da sind wir wieder beim Thema Leistung. Diese Leistungsorientierung, die wir haben, liebevoll auch in diesen Prozessen mit sich zu sein und langsam anzufangen, das Ganze machbar zu halten. Und dann kann man das aufbauen, weil sonst verlierst du ganz schön die Motivation, die Energie. Das funktioniert so natürlich auch nicht, wenn man sich so hohe Ziele steckt und dann ist man wieder genau da, wo man vorher war. Das waren so die Themen, die ich mir aufgeschrieben hatte für diese T-Stunde. Solltet ihr ganz konkrete Fragen haben, Themenwünsche haben, auch Themenwünsche, die ich in so eine T-Stunde mal packen kann. Wenn genug Fragen für ein Q&A zusammenkommen, kann ich auch das mal wieder machen. Also alles, was euch interessiert, was euch auch gerade persönlich einfach beschäftigt, gerne jetzt hier unter dem Video einfach mal in die Kommentare, dass ich gucken kann, was ich da in nächster Zeit so daraus bastele. Bis auf diese T-Stunde hatte ich jetzt erstmal noch keinen Plan. Was jetzt nach der Sommerpause passiert, lasse ich jetzt auf mich zukommen, wie ich das auch zeitlich alles schaffe. Ich sage hier nur nochmal Hallo zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich jetzt sehr darauf, eure Kommentare zu lesen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir wieder zuzuhören. Wenn dem so war, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Das hilft mir, hier sehr vom Algorithmus gesehen zu werden. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und teilt meine Videos gerne mit anderen, für die das interessant sein könnte. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.